Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und will euch mal wieder aus dem Maschinenraum des Digitalausschusses erzählen. Da geht es um den Ausschuss vom 14. Juni 2023. Wir hatten drei Themen. Zuerst ging es in einer Art öffentlichem Fachgespräch um die Arbeitsbedingungen für Content-ModeratorInnen auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, die ihr vermutlich auch alle so benutzt. Dann ging es um das EU-US-Trade- und-Technology-Council, ein ziemlich interessantes, aber genauso unbekanntes Kooperationsgremium, in dem von ziemlich viel Tech die Rede ist, von künstlicher Intelligenz bis Quantencomputing. Und last but not least geht es mal wieder um Europa, nämlich um den Data-Act. Ja, der erste Tagesordnungspunkt, die Arbeitsbedingungen für Content-ModeratorInnen, der war sogar öffentlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das also in der Mediathek noch angucken. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Aber worum geht es da eigentlich? Diese Content-ModeratorInnen, die sind wahnsinnig wichtig für sämtliche Social-Media-Plattformen aus verschiedenen Gründen. Die schützen uns zum Beispiel davor, die schlimmstmöglichen Sachen selber angucken zu müssen. Die sind zum Beispiel dafür verantwortlich, Inhalte zu entfernen, die irgendwie strafbar oder extremst unangemessen sind. Da müsst ihr euch jetzt nicht nur Belästigung und Hassrede darunter vorstellen, sondern tatsächlich auch extremistische Propaganda, live gestreamte Selbstmorde, Vergewaltigung, selbst von Kindern, Folter, Hinrichtungen und das alles in Foto, Video oder eben auch richtig live. Ein bisschen harmloser sind die anderen Aufgaben, die sie haben. Manchmal geht es ja auch einfach darum, bestimmte Community-Richtlinien einzuhalten. Das sind dann die berühmten Nippel, die irgendwo entfernt werden sollen. Da werden also allgemein Kommentare und Beiträge angeguckt, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien entsprechen. Hier und da haben sie auch noch die Aufgabe, Desinformationen zumindest kenntlich zu machen. Tatsächlich kann man, glaube ich, völlig zu Recht sagen, dass wir es eigentlich nur den weltweit verteilten vielen tausend Content-ModeratorInnen verdanken, dass wir unsere Social-Media-Plattform überhaupt sinnvoll benutzen können. Denn ich glaube, wenn da alles landen würde, was die rauslöschen, dann würden wir das so entsetzlich finden, dass wir da einfach nicht mehr hingehen würden. Also deren Arbeit ist super entscheidend, um diese Plattformen nutzen zu können und den Missbrauch dort halbwegs einzuschränken. Ihr könnt euch einfach vorstellen, dass so eine Art von Arbeit emotional und psychisch wahnsinnig belastend ist. Die bekommen auch kaum Unterstützung, also bei den vielfältigen psychologischen Folgen, die die natürlich haben, wenn sie sich von morgens bis abends so einen Scheiß angucken müssen. Also das sind nicht nur Depressionen, die man da kriegt oder Stimmungsschwankungen. Das geht auch hin bis zu posttraumatischen Belastungsstörungen und es gibt tatsächlich auch immer wieder Selbstmorde in dieser Community. Das Ganze wird nicht leichter gemacht durch den Umstand, dass die richtig beschissene Rahmenbedingungen für die Arbeit haben. Also zum Beispiel befristete Verträge, wo sie sich nichts trauen dürfen, weil er sonst nicht verlängert wird. Sie werden ziemlich schlecht bezahlt. Sie haben Geheimhaltungspflichten, dürfen also noch nicht mal darüber reden, wie beschissen ihre Arbeitsbedingungen sind, haben viel zu wenig Pausen, zu wenig Urlaub und und und. Wer dann irgendwann so fertig ist, dass er diese Art von Arbeit nicht mehr machen kann, der fliegt halt einfach raus. Wer Ärger macht, fliegt auch. In Deutschland wissen wir von Pi mal Daumen 5000 Content-ModeratorInnen, so ganz genau weiß es ja keiner, weil Zahlen gibt es schlecht. Viele von denen arbeiten übrigens gar nicht direkt bei den Plattformen angestellt, sondern bei Outsourcing-Firmen. Es gibt also eine Firma, der heißt Telus, die sitzt in Essen, da arbeiten tausend Content-ModeratorInnen, die moderieren da Inhalte für Meta, also zum Beispiel bei Facebook. In Berlin, in Spandau, da gibt es auch nochmal 500, die arbeiten auch im Auftrag für Meta. Und das Ganze betrifft natürlich inzwischen ziemlich viele Leute und langsam fangen die an, sich gegen diese schlechten Zustände auch zu wehren. Das ist für die natürlich wieder ein neues Risiko. Vielleicht habt ihr von dem Stichwort Unionbusting schon gehört, also wenn die sich zum Beispiel versuchen, über Gewerkschaften zu organisieren, dann gibt es halt auch extrem eins auf die Mütze. Und das ist insgesamt ein weltweites Problem. Ich will euch mal von einer Klage erzählen, die Daniel Motown eingereicht hat. Der war zugeschaltet aus Südafrika bei diesem Fachgespräch im Digitalausschuss und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Der hat nämlich schon 2022 gegen die rechtswidrigen Arbeitsbedingungen in einer Outsourcing-Firma geklagt, bei der er gearbeitet hat, damals noch in Kenia, in Nairobi. Und das fanden die so doof, dass sich da einer gewehrt hat, dass sie kurz danach, nämlich Anfang 2023, sämtliche 260 Content-ModeratorInnen einfach gekündigt haben. Das ist aber nicht die einzige Art und Weise, wie sich Menschen inzwischen dagegen wehren. Hier in Berlin gab es zum Beispiel im März, gerade erst vor ein paar Wochen, einen sogenannten Content-Moderator-Summit, bei dem sich 50 Content-ModeratorInnen aus Deutschland miteinander vernetzt haben. Organisiert hat es dankenswerterweise das Superlab und Verdi und noch ein paar andere Organisationen. Und da konnten die erstmalig untereinander auch Erfahrungen austauschen. Und wenig später, am Tag der Arbeit, am 1. Mai 2023, da gründete sich die African Content-Moderators-Union. Da sind also Content-Moderators jetzt vernetzt, die für Facebook arbeiten, für YouTube, für TikTok, aber inzwischen auch für ChatGPT, diese generative KI-Plattform, von der ihr garantiert auch schon mal gehört habt. Und die arbeiten im Prinzip alle bei den Outsourcing-Firmen Sama und Majorel. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Dann im Juni gab es einen wahnsinnig großen Erfolg. Da hat sich nämlich gezeigt, dass sich wehren, auch helfen kann. Daniel Motong hat nämlich den Prozess gewonnen. Das Gericht in Kenia hat festgestellt, ja, die Firma Meta ist selber zuständig, völlig egal, ob die da was outgesourcet haben oder nicht. Und Meta wurde verdonnert, ausreichende medizinische, psychiatrische und psychologische Unterstützung für die Content-ModeratorInnen breitzustellen. Meta hat natürlich keinen Bock drauf und hat Berufung angekündigt. Ihr könnt mehr übrigens über dieses Thema erfahren, wenn ihr euch einen Talk von Julia Kläuber mal reinzieht. Die war auch eingeladen zu diesem Fachgespräch im Digitalausschuss. Die hat nämlich gerade Anfang Juni bei der Republika einen Vortrag gehalten. Da war auch Daniel Motong mit dabei. Der nannte sich Content Moderation Exploitation as a Service. Und natürlich packe ich euch den Link dazu in die Shownotes. Übrigens ein not so funny Fact. Vor kurzem hat im EU-Rat auch eine Abstimmung stattgefunden über eine Richtlinie zum besseren Schutz von scheinselbstständig Beschäftigten bei Social-Media-Plattformen und Deutschland hat sich enthalten. Überraschung. Die FDP hat nämlich keinen Bock darauf, solche prekär Beschäftigten irgendwie besser zu schützen. Das ganze Thema Content-Moderatoren, wer hier häufiger zuhört, der hat es vielleicht schon bemerkt, war im Digitalausschuss auch schon mal Thema und zwar am 18.04. Leider da komplett nicht öffentlich. Ich habe es natürlich probiert, aber nicht durchgekriegt. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, euch im Podcast Nummer 13 noch mal angucken. Link sehe Shownotes. Aber weil ich der Meinung war, das muss in die Öffentlichkeit. Menschen müssen einfach mehr darüber erfahren, habe ich initiiert, dass wir da noch mal öffentlich drüber sprechen und diesmal eben auch mit Gästen, die man sonst eigentlich nie hört, nämlich denjenigen, die davon betroffen sind. Ja, und das hat dann auch geklappt. Die Öffentlichkeit wurde bestätigt und wir hatten neben Julia Kläuber von Superlab auch zwei Content-ModeratorInnen dazu, den schon erwähnten Daniel Motown, zugeschaltet aus Südafrika, der mit der Klage, und Cengiz Huxers, den Content-Moderator aus Essen, der dort bei einem Outsourcing-Unternehmen für Meta-Content moderiert. Vom BMAS waren auch welche da, aber eigentlich haben wir mit den Erstgenannten uns unterhalten. Vielleicht mal so eine generelle Einschätzung vorneweg. Ich fand es viel zu wenig Zeit für dieses Thema. Wir hatten also pro Fraktion fünf Minuten Redezeit und selbst dafür musste ich schon kämpfen. Also die Koalition wollte eigentlich das noch kürzer ansetzen. Das ist sehr, sehr schade, weil man eben diese Stimmen viel zu selten hört. Dass das Interesse groß ist, das hat man schon daran gesehen, dass die Besucherringe wirklich rammelvoll waren und es waren auch etliche Content-ModeratorInnen selber da. Ja, am Anfang gab es wie immer kleine Eingangsstatements von den Content-ModeratorInnen und von Julia Kläuber selber. Sie hat übrigens die Content-ModeratorInnen verglichen mit Putzkräften der Demokratie und ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht als Bild. Ohne sie würde es im Prinzip überhaupt keine funktionierenden Social-Media-Plattformen geben. Und sie zitierte eine Content-ModeratorIn, die ihre eigene Stellung mal so beschrieben hat. Die sagte nämlich, wir, wir sind wie Minenarbeiter in einsturzgefährdeten Minen. Das ist vom Risiko ähnlich hoch, nur dass wir da ohne Sicherheitsausrüstung rein müssen. Und diese psychischen Belastungen, die man da erleidet, das macht ja nicht nur einen schlechten Feierabend oder mal ein blödes Wochenende. Manche haben diese Folgen monatelang, jahrelang und manche sogar lebenslang. Das gibt dann so hier und da mal sogenannte Wellbeing-Hilfsangebote in diesen Unternehmen, aber ehrlich gesagt, die verdienen den Namen nicht. Das ist nämlich in der Regel keine qualifizierte Unterstützung, die man da bekommt. Und das, was die leisten, das ist tägliche Sisyphus-Arbeit, hat Julia Kläuber noch betont und hat gesagt, die Wertschätzung kriegen sie halt on top nicht. Also sie werden zum einen nicht besonders gut bezahlt, kaum nur ein bisschen mehr als Mindestlohn, 14,40 Euro die Stunde kriegen die meisten. Und dieser Geheimhaltungszwang, der ist halt nochmal ein zusätzlicher Druck und eine zusätzliche Belastung, dass sie mit niemandem über ihre Arbeit reden dürfen. Sie hat ja zum Beispiel mit anderen diesen Content Moderator Summit in Berlin organisiert und erzählte, dass dort am Anfang diese 50 TeilnehmerInnen total verängstigt gesessen haben und sich überhaupt nicht getraut haben, darüber zu reden, weil sie ja alle diese Geheimhaltungserklärung unterschrieben haben. Aber Verdi war ja auch da und hat sie darüber aufgeklärt, was ihre Rechte sind und dass sie selbstverständlich auch über ihre Arbeitsbedingungen miteinander reden können. Julia hat auch gefordert, dass es endlich eine empirische Studie gibt, dass man also mehr Informationen überhaupt hat. Wie viele sind es? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie unterscheiden die sich? Und so weiter und so fort. Und sie hat die Bundesregierung aufgefordert, sich für eine ganz bestimmte Anwendung des Digital Services Actes einzusetzen. Der ist ja noch ziemlich neu, wird in diesem Jahr in Kraft treten für die sehr großen Social Media Plattformen, für andere dann erst im nächsten Jahr. Aber er verknackt die großen Social Media Plattformen dazu, eine Selbsteinschätzung ihrer Risiken dieser jeweiligen Plattform zu machen und dann auch risikomindernde Maßnahmen zu beschreiben. Und auf die Idee war ich selber echt noch gar nicht gekommen vorher. Das kann man natürlich auch nutzen, um die Firmen daran zu erinnern, dass zu den Risiken ja noch nicht nur gehört, dass Kinder zum Beispiel unangemessene Bilder sehen oder Menschen digitaler Gewalt und Beleidigungen und Bedrohungen ausgesetzt sind, sondern natürlich gehört zu den Risiken auch, wenn die Content-ModeratorInnen, die auf diesen Plattformen arbeiten, so schlimme Dinge dort bei der Arbeit aushalten müssen und psychologische Folgen erleiden. Das heißt, das muss rein in die Risikobewertung. Die Unternehmen müssen mitigierende Maßnahmen da erfassen und wir können über die Bundesregierung in Brüssel dafür sorgen, dass das auch stattfindet. Ja, nach Julia haben die beiden Content-Moderatoren aus ihrer Arbeit erzählt. Also sie haben auch nochmal beschrieben, was für extrem verstörende Videos sie da sehen müssen, wie furchtbar das ist, gerade Gewalt an Kindern zu sehen oder öffentliche Hinrichtungen. Und einer sagte zum Beispiel, ohne uns wären Social-Media-Plattformen voll von Horror. Dem beseitigt keine KI. Das machen wir, die Content-ModeratorInnen. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht alle ein bisschen öfter dran denken. Er beschrieb auch, dass es sehr viele verschiedene Krankheitsbilder gibt. Das habe ich euch am Anfang ja schon genannt, von Belastungsstörungen, Angstsituationen, die bis hin zum Suizid gehen. Cengiz beschrieb zum Beispiel, dass er nach über fünf Jahren als Content-Moderator mehr als 4000 Stunden solcher gewaltvoller Videos und Bilder angeguckt hat und dass das natürlich Spuren hinterlässt. Und mich hat besonders berührt, wie er erzählt hat, dass man sich in seiner Firma zum Abschied am Ende eines Arbeitstages nicht wie überall woanders sagt, so Tschüss bis morgen, was man halt so sagt, sondern da sagt man zum Abschied gute Besserung, weil jeder weiß, dass es einem am Ende so eines Arbeitstages schlicht beschissen geht und dass man dem anderen nichts Besseres wünschen kann, als dass man drüber wegkommt. Also das hat mich echt angetatscht, muss ich sagen. Daniel Motown, der andere Content-Moderator, der beschrieb, dass das sein allererster Job nach der Uni war und dass er keine Vorstellung hatte, was ihn da eigentlich erwartet und dass er gleich an seinem allerersten Arbeitstag eine Live-Enthauptung per Video angucken musste. Das hat ihn auch fix und fertig gemacht und irgendwann hat er auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und leidet unter den Folgen noch heute. Immerhin hat er dann ja 2019 angefangen, sich zu wehren und obwohl er nicht mehr als Content-Moderator arbeitet, ist er heute immer noch aktiv dabei, sich für eine Verbesserung der Rechte einzulassen. Die beiden haben auch bestätigt, dass wer diese Arbeit aus Krankheitsgründen, weil man diese psychische Belastung nicht mehr ertragen kann, wer die nicht mehr so toll machen kann wie am Anfang, der wird einfach entlassen oder kriegt keinen neuen Vertrag. Und sie beschrieben auch, dass viele ModeratorInnen einfach schlicht erpressbar sind und super abhängig. Weil, also Cengiz sprach ja zum Beispiel für Deutschland, der sagte, viele von denen haben keine deutsche Staatsbürgerschaft, manche haben auch keinen gesicherten, dauerhaften Aufenthalt. Die sind schlicht darauf angewiesen, irgendeinen Job zu haben, in dem sie Geld verdienen, weil ihr Aufenthaltsstatus oder die Chance auf die Erlangung einer Staatsbürgerschaft schlicht davon abhängt. Und das wird halt von Unternehmen auch gnadenlos ausgenutzt. Und das sind jetzt, ihr müsst euch da nicht vorstellen, dass das besonders niedrig qualifizierte Leute sind, die da arbeiten. Ganz viele von denen, haben wir erfahren, sind hochqualifiziert, die haben als AkademikerInnen in ihren Herkunftsländern gearbeitet, haben also irgendwelche Studienabschlüsse, die entweder nicht vernünftig anerkannt werden in Deutschland oder denen einfach noch die fließenden Deutschkenntnisse fehlen, um hier andere Jobs haben zu können und dann arbeiten die halt als Content-Moderator, wo sie in ihrer Muttersprache moderieren können. Die sprachen auch alle beide davon, dass in diesen Unternehmen eine Atmosphäre der Angst herrscht und dass die meisten keine Ahnung haben, dass sie das Recht haben, über ihre Arbeitsbedingungen mit anderen zu sprechen. Was ich richtig toll fand, die haben sich ja miteinander vorher vernetzt und sie haben beschlossen, sich das nicht mehr gefallen zu lassen. Aus dem Versteck sozusagen rauszugehen und haben die Gelegenheit dieses Gesprächs im Bundestag dazu genutzt, ein Manifest mit acht Forderungen an die Öffentlichkeit zu bringen. 300 Content-MitarbeiterInnen sind mit diesem Manifest jetzt erstmal vertreten. Ich bin mir sicher, viele andere würden sich da bestimmt anschließen. Und ich verlinke euch natürlich das ganze Manifest in seiner schönen Ausführlichkeit. Ist nur eine Seite, aber jede Zeile wichtig. Hinten in den Shownotes will euch aber einen ganz kurzen Überblick über die Forderungen auch hier schon geben. Also zum einen fordern sie selbstverständlich erstmal eine bessere Bezahlung und auch einen Belastungszuschlag von mindestens 35 Prozent. Gibt es in anderen Berufen ja auch, wenn man da besonderen Risiken ausgesetzt ist. Sie wollen aber auch endlich ausreichend Pausen, ausreichend Urlaub und natürlich auch die Möglichkeit, sich beruflich irgendwo hin entwickeln zu können. Das gibt es nämlich fast nirgendwo für die. Da haben die alle die gleichen Konditionen, egal ob es ihr erster Arbeitstag ist oder ob sie schon fünf Jahre da sind. Vor allem wollen sie aber auch, dass sie Unterstützung bekommen bei ihrer mentalen Gesundheit. Und zwar einen unabhängigen und einen fachlichen Rat für psychische Notlagen, dass sie das sofort bekommen können und dass das auch alle bekommen können. Sie wollen, dass diese Kultur der Geheimhaltung ein Ende hat. Diese Non-Disclosure-Agreements, die die alle unterschreiben mussten, die sollen endlich weg. Und sie wollen, dass sie nicht mehr daran gehindert werden, Betriebsräte zu gründen oder sich in Gewerkschaften aktiv zu engagieren. Ein Problem ist ja auch das Outsourcing. Deswegen wollen sie auch, dass das ein Ende hat. Content-ModeratorInnen sollen nach ihrer eigenen Forderung genau bei den Firmen angestellt sein, deren Content sie moderieren. Und solange das noch nicht der Fall ist, fordern sie mindestens, dass sie, wenn sie outgesourced arbeiten, dass sie dann die gleichen Vertragsbedingungen haben, die gleichen Bezahlungen und alles andere auch, wie Leute, die in der Firma selber angestellt sind. Die letzten beiden Forderungen sind einmal, sie wollen auch keine unverhältnismäßigen Überwachungen mehr oder Unterdrückungen am Arbeitsplatz, auch mithilfe von Algorithmen. Das passiert offensichtlich dort. Und sie wollen für gleiche Arbeit gleich bezahlt werden. Und das bezieht sich in dem Fall nicht auf Inhouse- versus outgesourcete MitarbeiterInnen, sondern auf den sogenannten digitalen Kolonialismus, so haben sie das genannt. Denn es gibt ja sehr, sehr viele Content-ModeratorInnen, die zwar für europäische und US-Plattformen arbeiten, aber irgendwo zum Beispiel in Afrika oder in anderen Ländern platziert sind und dort nochmal viel, viel schlechtere Arbeitsbedingungen haben. Die wollen gleiche Standards für alle, wenn sie für das gleiche Unternehmen arbeiten. In der Debatte waren wir eigentlich alle Abgeordneten erst mal voller Dank und Anerkennung. Einmal für die Arbeit, die die Content-ModeratorInnen ja in unserem aller Sinne machen, aber auch für den Mut, im Bundestag zu reden und sich mit ihrem Namen und Gesicht dafür zu äußern. Wir haben nachgefragt, auch nochmal nach den Arbeitsbedingungen. Zum Beispiel, wie das eigentlich ist, wenn man in so einer Firma anfängt. Also viel Training gibt es nicht. In Deutschland sind es im Regelfall vier Wochen. Die fokussieren aber fast ausschließlich zu Moderationsregeln. Also zum Beispiel nicht dazu, was mache ich, wenn ich was ganz Entsetzliches sehe und damit psychisch nicht klarkomme. Da gibt es also keine Unterstützung für solche Sachen. Und noch viel schlimmer, haben wir erfahren sie zum globalen Süden aus. Da sind die Einarbeitungszeiten noch kürzer und auch die fokussieren ausschließlich auf die Regeln für die Moderation oder wie man diese Software da bedient. Alle haben übereinstimmend gesagt, dass es kaum Informationen zum Charakter der Arbeit gibt am Anfang. Man weiß nicht mal, für wen man genau moderiert und was einem alles Schlimmes begegnen kann. Das erzählt dem auch keiner vorher. Wir haben auch erfahren, dass Algorithmen bestimmen, wer welchen Content zum Check bekommt und dass sie täglich eine bestimmte Anzahl von Reviews schaffen müssen. Sie haben also wirklich nur ein paar Sekunden Zeit. Eine andere Content-Moderatorin hat mal erzählt, so 40 Sekunden hat sie zum Beispiel, um über ein Video zu entscheiden, das aber vielleicht viel länger ist. Dann kann man so am Anfang 15 Sekunden gucken und so am Ende 15 Sekunden gucken und soll sich dann eine Meinung darüber bilden. Das ist natürlich super schwierig. Und dann werden die halt sehr, sehr engmaschig überwacht. Wer welche Pausen macht, wie lange die Pausen sind, jada, jada, jada. Und Mental Health Care Unterstützung gibt es fast nirgendwo. Also manchen Firmen, da gibt es so alle ein bis zwei Wochen, hat man so ein Treffen mit irgendeiner Art Coach. Das soll zu diesem Mental Wellbeing beitragen. Aber erstens mal reicht es nicht, weil vielleicht hast du ja heute ein Problem und nicht erst in zwei Wochen. Aber es sind auch keine qualifizierten psychologischen Kräfte, sondern in der Regel selber ehemalige Content-Moderatoren und die sind natürlich auch da angestellt und null unabhängig von der Geschäftsleitung. Wir haben über viele Verbesserungsmöglichkeiten gesprochen. Die haben natürlich mit den Forderungen zu tun gehabt, die ich euch schon erzählt habe aus diesem Manifest. Aber es gab noch ein interessantes anderes Thema, nämlich eine Art Lieferkettengesetz auch für digitale Dienste. Lieferkettengesetz habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das gibt es in Deutschland und indemnächst auch in Europa. Das soll sich aber auf Produkte beziehen oder in Deutschland bezieht sich es auf Produkte. Das dann sozusagen der T-Shirt-Verkäufer in Deutschland dafür zuständig, dass keine Kinderarbeit oder Umweltsauereien in der Lieferkette der Herstellung dieses T-Shirts passiert sind und ist als Verkäufer dieser Produkte auch verantwortlich dafür, das irgendwie sicherzustellen in der eigenen Lieferkette. Und das zum Beispiel auch für digitale Dienste zu machen, würde bedeuten, dass bestimmte Arbeitsrechtsverletzungen und unmenschliche Arbeitsbedingungen auch für Content-ModeratorInnen nicht mehr möglich wären. Fände ich super. Ja, gefragt habe ich dann zum Beispiel auch mal nach der Rolle der Gewerkschaften. Ich wollte wissen, wie läuft denn das so ab? Und dann wurde beschrieben, dass es fast immer nach dem gleichen Muster abläuft, nämlich dass die Firmen sämtliche rechtlichen Spielräume, die sie haben, die Selbstorganisation von ihren Content-ModeratorInnen zu verhindern, dass sie die wirklich gnadenlos ausnutzen. Zum Beispiel hat TikTok gegen die Gründung eines Betriebsrats geplant und hat da auch alle möglichen Gründe gefunden. Zum Beispiel in Corona wollten die sich gründen und haben dann irgendwelche Gründungsmeetings digital gemacht. Da war dann TikTok der Meinung, das kann ja nicht gültig sein und das geht ja nicht. Aber Verdi unterstützt dabei und natürlich so leicht kann man Betriebsräte nicht verhindern. Man kann es aber in die Länge ziehen. Cengiz zum Beispiel hat erzählt, dass in seiner Firma, die Firma Telus, sie jetzt endlich einen Betriebsrat kriegen, aber dass sie wirklich fünf Jahre dafür kämpfen mussten. Immerhin gibt es in den nächsten Wochen die ersten Betriebsratswahlen und dann ist mal da ja schon mal ein Schritt weiter. Beim Outsourcing haben wir auch noch ein paar Neuigkeiten erfahren. Zum Beispiel TikTok. Eigentlich ja blöd wegen Klage gegen Betriebsrat und so, aber die haben fast alle ihre Content-ModeratorInnen selber in-house angestellt. Das ist schon mal ein Unterschied zu den meisten anderen, die das alles outsourcen. Die haben allein in Berlin 650 ModeratorInnen beschäftigt, aber ein paar haben sie eben doch outgesourced und da haben wir erfahren, dass diejenigen, die outgesourced arbeiten, die allerschlimmsten Inhalte vorgelegt kriegen. Interessant war für uns auch noch, wir reden ja die ganze Zeit und total viel über künstliche Intelligenz in diesen Wochen, das kam von mehreren Abgeordneten. Kann man euch das nicht ersparen? Kann das nicht irgendwie eine KI machen und feststellen, was da irgendwie die schlimmsten Inhalte sind und die dann löschen? Aber es ist sehr, sehr klar geworden von allen drei, die da waren. Nee, KI ist einfach noch nicht so weit. Also gerade bei Videobewertungen, wo es auch bei anderen Inhalten ja wahnsinnig auf den Kontext und die kulturelle Einordnung ankommt, da ist KI einfach viel zu schlecht. Und davon abgesehen, viele denken immer, KI ist ja nur eine Technik. KI wird doch auch für Menschen trainiert. Von Tausenden, von Menschen überall auf der Welt, übrigens auch viele in Afrika. Zum Beispiel Chat-TPT wurde ja auch von Menschen trainiert und die müssen da genauso die schlimmsten Inhalte, die da generiert werden, wieder rausfiltern. Also das ist nicht die Lösung. Es kann sein, dass das KI irgendwann mal kann, aber das ist noch wirklich lange hin und es darf diese Debatte uns nicht davon ablenken, heute existierende Probleme auch heute zu adressieren und nicht immer da so eine super Lösung in KI macht, das dann wegzudenken. Das funktioniert einfach nicht. Aber uns wurde auch gesagt, es ist gesellschaftlich auch nicht mal wünschenswert, dass KI diese Aufgabe vollständig übernimmt. Zum Beispiel ist ja auch ein bisschen biased. Das meiste, was KI trainiert wird, ist anhand der englischen Sprache. In anderen Sprachen ist sie noch viel schlechter und die Fehler passieren natürlich immer dort am häufigsten, wo Daten unterrepräsentiert beim Training einer KI verwendet worden sind. Mein Fazit zu diesem in meinen Augen wichtigsten Tagesordnungspunkt der dem Digitalausschuss war, dass wir viel öfter daran denken sollten, dass unser digitaler Alltag sehr viel darauf basiert, dass Dritte irgendwo ausgebeutet werden, dass wir alle davon profitieren und dass wir uns unbedingt solidarisieren sollten mit denjenigen, die für uns den schlimmsten Dreck wegmoderieren. Also wenn ihr das irgendwo unterstützen könnt, macht das. Und jetzt geht's mit einem ziemlich harten Cut zum nächsten Thema, nämlich zu einem Bericht der Bundesregierung zum sogenannten EU-US Trade and Technology Council. Was zur Hölle ist das? Abgekürzt TTC ist das ein bei wieder neues Gremium, das auf einem EU-US-Gipfel im Juni 2021 in Brüssel gegründet worden ist. Es ist wieder eine Art transatlantisches Forum, das hat sich verschiedene Ziele gegeben. Nämlich einmal sich beim globalen Handel noch ein bisschen näher zu kommen, wobei die beiden Regionen, also USA und EU, sowieso schon die volkswirtschaftlichen Regionen sind mit dem größten Handelsvolumen untereinander, über eine Billion Euro im Jahr. Aber neben dem Handel wollen sie eben auch technologische Führungsrollen gemeinsam stärken und später kam dann noch dazu, dass man sich auch geostrategisch in Richtung russischer Angriffskrieg besser abstimmen will. Da gibt es wie in allen Gremien die unterschiedlichsten Arbeitsgruppen, etliche, die sich auch mit dem Thema Digitales und Tech beschäftigen, zum Beispiel mit Technologiestandards, mit Sicherheit im Bereich ITK, aber auch mit Data Governance. Nur so zum Beispiel. Es gibt noch ganz viele andere. Aktuell hat es diverse Schwerpunkte. Einmal haben die jetzt gerade eine Studie erarbeitet zu weltweiten Internetabschaltungen und zur Manipulation von Inhalten. Da gab es also eine besondere Studie extra zu Iran. Ihr erinnert euch? Frauenfrieden, Freiheit. Da wurde eben auch die Internetabschaltung benutzt, um den Widerstand zu unterdrücken. Das fand ich einmal eine sinnvolle Studie. Und man befasst sich mit digitalen Infrastrukturen. Wie kann man zum Beispiel Unterseekabel besser sichern? Und sie bauen auch selber aus. Und zwar da, wo sonst China viel unterwegs ist. Da wollen sie, dass man also das auch als demokratischere Kräfte unterstützt und bauen zum Beispiel Internet für Schulen in Jamaika und Kenia. Eine dieser Schwerpunkte ist auch Standards und Werkzeuge für vertrauenswürdige KI zu entwickeln, sich um Fachkräfte zu kümmern, Lieferketten von Halbleitern sicherzustellen, Abhängigkeiten zu verringern und naja. Also ihr kennt das alles. Es sind ja doch wiederkehrende Themen. Da waren BMWK und BMDV, aber auch das Bundeskanzleramt zuständig. Ist ja relativ hochrangig in diesem Gremien, wo Deutschland übrigens auch gar nicht direkt vertreten ist. Denn es ist ja ein OUS-Thema. Das heißt, von der EU gehen halt irgendwelche Leute hin und die können eventuell zufällig aus Deutschland kommen. In der Regel tun sie es aber nicht. Vom BMWK gab es eine Intro. Die bestand eigentlich nur aus Allgemeinplätzen. Also wichtiges Instrument, Beziehungen verbessert. Ja, dann gab es noch so interessante Neuigkeiten. Hat viermal getagt, zuletzt Ende Mai. Interessanter war dann schon, dass man ein sogenanntes Joint Statement veröffentlicht hat. Da hat man ein Arbeitsprogramm gebildet. Das sind so ein paar Seiten Text. In dem sind übrigens viele Links kaputt. Fand ich auch ein bisschen schwach. Aber es gibt noch ein Factsheet. Das besteht nur aus zwei Seiten und da sind die gleichen Links. Da funktionieren die dann? Da gibt es also diverse Anhänge, die da verlinkt sind zu Jugendschutz im Internet, zu einer KI-Roadmap, aber auch zu dem, was dieses Gremium zu 6G zusammen machen will. Ich verlinke euch den Kram alles in den Shownotes. Ja, in der Debatte, die fasse ich euch nur sehr kurz zusammen. Da ging es also auch wieder vor allem um künstliche Intelligenz. Ich habe auf dieses Joint Statement Bezug genommen. Das ist zwar nicht ein Gesetz oder sowas. Dieses Gremium macht nie was, was irgendwie verbindlich ist. So genannte vorgesetzliche Regelungen, also Empfehlungen, Absichtserklärungen und sowas. Und dort stand in diesem Joint Statement am 31. Mai veröffentlicht von EU und USA, dass man unbedingt Standards für vertrauenswürdige KI zum Thema Bias, also Vorurteile und zum Risikomanagement bei KI offen, transparent und partizipativ entwickeln will. Und natürlich kann die Bundesregierung das tun, ohne dass da ein Gesetz ist. Die kann ja einfach, wenn das da drin steht, das wollen wir als EU und als USA so machen, kann die Bundesregierung das ja auch einfach tun. Also habe ich gefragt, wie will denn die Bundesregierung diese schönen Absichten in Deutschland umsetzen und habe noch mal bei der Gelegenheit darauf hingewiesen, dass meine kleine Anfrage zu KI im Bund ja leider ergeben hat, dass es absolut gar keine Standards für die Risikobewertung von KI-Systemen im Bund gibt und schon gar keine, die irgendwie transparent und partizipativ sind oder entwickelt worden sind. Dieses Joint Statement übrigens, das enthält auch den Beschluss, dass man die betroffene Community bei der Entwicklung solcher Standards und Prozesse einbindet. Ja und darauf habe ich auch Bezug genommen und habe gesagt, zum Beispiel gibt es ja KI-Systeme, die das BAMF einsetzt. Da wären ja die betroffenen Community MigrantInnen, also könnte man die ja künftig auch einbeziehen. Und was also, fragte ich, machte da die Bundesregierung. Die Vertreterin des BMWK, die regelte erst im Prinzip am Thema vorbei und hat gesagt, also sie sieht da nicht, dass da irgendwelche internen Regulierungen entstehen und AI-Act der EU kommt ja auch. Warum soll man denn da was extra machen? Nur, finde ich, sie irgendwann unterbrach und meinte es doch gar nicht meine Frage. Es braucht doch keine Regulierung. Und dieser AI-Act, der tritt ja frühestens in zweieinhalb Jahren in Kraft. Es sind schon jetzt, das ergab ja meine kleine Anfrage, über 100 KI-Systeme beim Bund im Einsatz. Und wieso macht denn der Bund nicht einfach das, was da in diesem Joint Statement drin steht? Ja, die brauchen doch gar keine Regulierung. Also niemand muss die verdonnern. Aber passiert offenbar nicht. Das war für mich also ein bisschen bitterer Erkenntnis, denn dieses Joint Statement fand ja die Vertreterin der Bundesregierung super. Aber es ist halt das Papier gar nicht wert, auf dem es steht. Es hat null Wirkung für die politische Praxis und das ist leider mehr als schade. Naja, dann wurde nochmal betont, dieses Trade and Tech Council sei halt ein Forum, Gesprächsraum. Man könne da gleiche Ansichten entwickeln. Man könne Konfliktfelder zwischen dem AI-Act und irgendwelchen geplanten US-Regulierungen herausfinden. Aber immer, wenn wir es genauer wissen wollten, zum Beispiel, ja was sind denn da so potenzielle Konfliktfelder, kam halt nix. Und auch sonst kam nix. Also ich habe gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Zeitplan für die KI-Roadmap? Keine Ahnung. Ich habe gefragt, diese KI-Expertengruppen, die gegründet werden sollen, gibt es da deutsche Mitglieder oder wie sollen die da arbeiten? Keine Antwort, keine Ahnung. Und es gab auch keine Antwort darauf, welche gemeinsamen Methoden und Standards zur Bekämpfung von Informationsmanipulationen beschlossen worden sind. Das stand nämlich da in diesem Statement. Dass da welche beschlossen worden sind und auch das wusste man leider nicht, hat das bei der Kommission angefragt und wartet selber noch. Und meine letzte Frage war dann, welche Projekte hat man denn so zur Sicherung von Tiefseekabeln geplant? Ja, nicht nur Nord Stream 1 und 2 sind irgendwie wohl ein Rabel, sondern unser aller Internetkabel, die im Meer verbuddelt sind. Das sind ja viele tausend Kilometer, wo die da sehr empfindlich auf dem Meeresboden herumliegen. Deswegen interessierte mich das, aber auch das wusste niemand. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist ein Gremium mehr, das irgendwie Leute beschäftigt, die sich wichtig finden, das völlig unverbindliches Zeugs beschließt, das völlig absehbar jetzt schon keinerlei Folgen in der Praxis haben wird und wir haben eine Bundesregierung, die das alles trotzdem toll findet und kein Problem damit hat, A zu sagen und B zu tun. Bitter, ehrlich gesagt. Naja, das bringt mich zum dritten Thema im Adi. Das wiederum war nicht öffentlich, könnt ihr euch also nirgendwo anhören. Da ging es um den Data Act der Europäischen Union. Anders war ein Antrag der CDU CSU, der war in erster Lesung sogar schon mal im Plenum. Meine Rede dazu, die verlinke ich euch in den Shownotes, könnt ihr euch mal reinziehen. Aber ich erzähle euch zur Erinnerung nochmal kurz, was denn der Data Act eigentlich nicht wahr? Ich verlinke euch auch, falls ihr es ganz genau wissen wollt, die gemeinsame Ausrichtung des Rates und der Mitgliedstaaten, so nennt sich das, ein Papierchen, an dem drin steht, was die sich da so vorgenommen haben in der Europäischen Union. Das hat den Stand März 23. Das Ziel ist, damit eine europaweite Rechtsgrundlage zu schaffen, dass es mehr Datenverfügbarkeit gibt. Also insbesondere oder ausschließlich bezieht sich das auf die Internet-der-Dinge-Daten. Von denen werden nämlich im Moment nur 20% genutzt. Und wenn das mehr werden könnte, wäre das halt gut für Wettbewerb, für Innovation, aber tatsächlich auch für den Verbraucherschutz. Internet der Dinge, wisst ihr sicher alle, sind alle möglichen smarten Geräte. Kann aber auch ein Auto sein, das sammelt ja auch jede Menge Daten. Aber auch ein Fitness-Armband, ein intelligenter Toaster, Kühlschränke, Waschmaschinen, Staubsauger-Roboter, also alles, was ihr oder andere so im Smartphone haben, was rumsteht, blinkt, piept und Daten sammelt, die im Gerät oder irgendwo auf einer Cloud herumliegen, das alles ist damit gemeint. Und das ist mal, das ist eine Verordnung, die sich relativ schnell entwickelt. Der erste Entwurf, der ist ein gutes Jahr alt. Der kam letztes Jahr im Februar von der Kommission, das Parlament, das hat dann im März seine Variante beschlossen. Und dann hat auch sofort der Trilog angefangen und der soll schon im Juni vorbei sein. Also Ende Juni ist der Drops gelutscht und schon 2024 soll das Ding in Kraft treten. Und wenn alles so kommt, wie die Kommission hofft, ich glaube es nicht, dann soll damit in den nächsten fünf Jahren das Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union um 270 Milliarden Euro steigen. Ja, da glaubt man natürlich daran, dass die Daten das neue Öl sind. Ja, ihr kennt ja diesen, die Lieblingsanalogie und deswegen denkt man da hier an den Ölboom und 270 Milliarden Euro. Unterschieden wenn im Data Act übrigens vor allem zwei Anwendungsfälle, nämlich einmal, dass ein Unternehmen an ein anderes Unternehmen Daten abgibt oder aber das Unternehmen an staatliche Stellen Daten abgeben. Und letzteres, das soll halt nur in irgendwelchen Public Emergencies und Katastrophenfällen der Fall sein. Zum Beispiel bei Pandemien oder auch bei Umweltkatastrophen, während der andere Fall halt alles möglich ist. Also nehmen wir mal ein Auto, wenn man zum Beispiel mit dem Auto nicht zu so einer super teuren Vertragswerkstatt gehen will, sondern zu einer unabhängigen Werkstatt, dann braucht man ja die Daten von dem Auto und die muss man dann halt auch kriegen können und weitergeben können an diese unabhängige Werkstatt. Oder anderes Beispiel, ihr habt irgendeine Fitnessuhr und die findet ihr dann eines Tages total doof. Ihr wollt von einem anderen Verkäufer eine Fitnessuhr haben von irgendeiner anderen Marke, wollt aber nicht eure ganzen Fitnessmemories verlieren. Da sollten dann also die Daten von A nach B übertragen werden, das Wechseln von Anbietern in diesem Feld also leichter werden und das soll auch für Cloud-Anbieter zutreffen. Wenn ihr als NutzerIn diese Daten bekommt, soll das übrigens kostenlos sein. Wenn kleine und mittlere Unternehmen solche Daten erhalten sollen, dann sollen sie an Kosten nur das bezahlen müssen, was es auch tatsächlich an Kosten verursacht hat. Nur wenn man Daten an Großunternehmen abgibt, dann können die das auch mit Gewinnmarge machen und man hofft, dass dann mehr Großunternehmen sich da engagieren bei diesem Datenmarkt. Ein bisschen problematisch ist, dass dahinter der Gedanke steckt, dass Daten einen Eigentumscharakter haben, dass man sie also handeln kann wie ein beliebiges Gut und das ist eine Ausweitung von Kapitalismus auf Daten und im Prinzip steckt dahinter, dass man alles und jedes kommerzialisierbar macht. Das finden wir als Linke schon im Grundsatz völlig verkehrt. Ich verlinke euch dazu auch mal ein Positionspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik der Linken. Aber es gibt noch andere Probleme mit diesem Konzept im Data Act. Zum Beispiel, dass da die Hersteller von irgendeinem Dingsbums grundsätzlich als Dateneigentümer definiert sind. Das ist aber falsch, finde ich. Also wenn meine Daten auf so einer Fitnessuhr gesammelt werden, warum sollen die denn dann dem Uhrenhersteller gehören? Ich bin ja die Nutzerin, das ist mein Herzrhythmus, der da drin ist. Also versteht man eigentlich nicht. Trotzdem könnte der Data Act, wenn man ihn gut und richtig macht, Vorteile für VerbraucherInnen bringen. Zum Beispiel, das mit der unabhängigen Werkstatt habe ich euch schon erklärt. Wenn man also irgendein Internet der Dinge Gerät reparieren will, dann geht das ganz oft nur, wenn man Zugang zu Reparaturdaten hat. Das muss ja nicht ein Auto sein. Ja, das kann auch der Staubsauger sein oder so ein Roboter Staubsauger oder irgendwas anderes. Es kann auch was ganz Schnödes sein, wo ich diese Reparaturdaten schlicht braucht. Oder man will vielleicht den Anbieter wechseln. Auch da passiert sehr oft ein Login über die Daten dieses Gerätes. Und deswegen brauchen NutzerInnen hier eine stärkere Position, die könnte so eine Verordnung der EU machen. Es sieht aber danach aus, als würde das nicht funktionieren, weil die Unternehmen, die gar keinen Bock haben, die können sich künftig offensichtlich darauf berufen, dass sie einfach die Begriffe Sicherheit oder Geschäftsgeheimnis rufen und dann ist alles gut und sie brauchen keine Daten mehr abgeben. In der Debatte haben wir uns unterhalten mit VertreterInnen des BMWK und des BMDV. Die haben nämlich mal wieder beide gemeinsam Federführung, wobei tatsächlich in Brüssel das BMDV das Sagen hat. Und da kam auch schon ein ziemlicher Schwerpunkt sehr deutlich rüber. BMDV, ihr erinnert euch, das ist Volker Wissing aus der FDP und das kann man auch erkennen. Zum Beispiel im Thema Geschäftsgeheimnis. Das BMDV erklärte, dass der Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ein ganz besonderes Anliegen von Deutschland sei und man sich da die Datenweitergabe untersagen können muss als Unternehmen, wenn man irgendwie unternehmerische Geschäftsgeheimnisse in Gefahr sieht. Und das meint ich so mit der Ausrede. Und ganz besonders will man das, wenn es irgendwie um Daten geht, die an Drittstaaten wandern sollen. Also nicht an andere Regierungen, sondern hier ist die Rede von Unternehmen, die sich in anderen Staaten befinden. Wir haben also eine Weile darüber geredet, ist denn das jetzt eine Hintertür für die Verweigerung von Daten, ja oder nein? Und wenn das eine wäre, ja, dann sind ja die ganzen versprochenen Vorteile, und damit meine ich gar nicht unbedingt die 270 Milliarden Euro BIP-Wachstum, sondern mehr so Verbraucherperspektive, dann sind die ja für die Füße, dann treten die ja gar nicht ein. Also so ein bisschen hörte sich das nach Dissens an, für mich, zwischen BMDV und BMWK. Beim BMDV war ganz klar der Schutz der Unternehmen im absoluten Vordergrund, während das BMWK immer wieder betonte, nee, nee, das darf schon nicht Ausrede werden, sondern das müssen dann auch wirkliche, echte, richtige, echte Geschäftsgeheimnisse sein. Und eine nationale Schlichtungsstelle, die solle ja dann solche Streitfälle klären. Aber ich wollte genau wissen, wie will man es denn verhindern, dass das passiert? Diese Antwort ist jetzt nicht wirklich befriedigend, da hieß es nämlich, naja, der Kompromiss, der muss noch gefunden werden. Ihr erinnert euch, ja? Heute, wo ich das aufnehme, haben wir den 15. Juni 2023. Am 27. Juni 2023 soll der Sack zugemacht werden. Also um diesen Kompromiss zu finden, der das verhindert, haben wir jetzt noch ein paar Tage Zeit, mehr leider nicht. Also die Ansage war, das muss jetzt eine Ausgewogenheit im Trilog hergestellt werden bis zum 27. Juni und dann müsse man die Umsetzung in der Praxis beobachten, naja. Also ich glaube, für die VerbraucherInnen wird sich da nicht so viel verändern. Der Antrag der CDU, auf den gehe ich, weil er ein bisschen öle ist, gar nicht im Detail ein. Der geht aber ein bisschen in die gleiche Richtung. Der hat auch ein paar sinnvolle Sachen angesprochen, aber hauptsächlich ging es da auch darum, dass es eben einen besseren Schutz der Geschäftsgeheimnisse braucht. Was sehr, sehr lange in der Diskussion war übrigens, war auch Widersprüche zur Datenschutz-Grundverordnung. Wir wollten wissen, hat man die denn jetzt beseitigt? Wirklich konkrete Sachen, wo welche Konflikte waren, wie die jetzt weg sind, haben wir gar nicht erfahren, sondern nur, dass das BMWK irgendwie happy ist, die Abgrenzung sei jetzt viel klarer, alles sei im Lot, alles geht den richtigen Weg und naja. Ich habe am Ende noch gefragt, in Richtung BMDV, in zwei Wochen ist ja Schluss mit dem ganzen Trilogverfahren. Wofür setzt sich denn auf den letzten Metern die Bundesregierung jetzt noch ein und hält es auch für möglich, dass sich da noch was ändert. Das erste ist Überraschung, der Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Zweitens, dass man bei dem Datenabruf durch staatliche Stellen, also dieser Public Emergency, dass man nicht nur das Thema wie zum Beispiel Pandemie oder großer Cyberangriff definiert, sondern dass man auch eine jeweilige nationale Rechtsgrundlage dafür schaffen muss, die Hürde also sehr, sehr hochlegt, um das anwenden zu können in der Praxis. Und als letztes hat die Vertreterin des BMDV erklärt, möchte sie die Umsetzungsfrist möglichst lang haben. Da will das Parlament nur 18 Monate, aber andere wollen 24 Monate und Deutschland will auch 24 Monate, damit die nämlich so lange wie möglich gar nichts machen müssen. Ja, Zusammenfassung für euch. Ob die Ziele des Data Acts erreicht werden, das ist super unklar, also eher nicht, würde ich sagen, ob die Verbraucher wirklich was davon haben, ist auch eher unklar. Und wenn wir richtig Pech haben, dann kriegen wir ein Worst-Case-Szenario. Und das konnte so aussehen, dass bestimmte Internet-der-Dinge-Geräte zum Beispiel billiger für VerkäuferInnen zu haben sind, die zum Beispiel unterschreiben, dass alle die Daten, die dieses IoT-Gerät sammelt, gleich mal abgeben. IoT-Geräte wissen übrigens sehr viel über uns. Ja, also so eine Fitnessuhr, die weiß nicht nur, wann ich schlafe, wie mein Herz so schlägt, sondern vielleicht auch, wie viel ich wiege, wie viel ich mich bewege und den ganzen Kram. Wofür diese Daten, die man dann vielleicht abgibt, benutzt werden, weiß man gar nicht. Der Zweck bleibt in der Regel intransparent. Die landen ja dann auf globalen Datenmärkten und werden von X an Y verkauft. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wer unterschreibt denn so einen Vertrag für solche Art Rabatte? Natürlich nur die, die sich den teureren Preis einfach mal gar nicht leisten können. Das heißt, Privatsphäre gibt es dann hauptsächlich für Reiche und das, finde ich, wäre eine sehr schlechte Entwicklung. Und ob man künftig dann tatsächlich zum Makerspace oder zur lokalen Reparaturwerkstatt gehen kann, weil man künftig besser an Reparatur- und Gerätedaten rankommt, das steht halt leider auch in den Sternen. Denn wenn die Unternehmen ihre Joker-Karte Sicherheit oder Geschäftsgeheimnis ziehen, dann ja leider auch künftig nicht. Ja, das war es für diese Woche. Beinahe hätte ich gesagt live aus dem Digitalausschuss, aber der war ja schon gestern. Daher zum Schluss nur noch ein paar kurze Hinweise. Es fand vor kurzem auch eine Anhörung im Klimausschuss statt, an der ich trotzdem teilgenommen habe. Die könnt ihr euch auch in der Mediathek angucken. Ich verlinke sie euch. Da ging es um das Thema Energieeffizienzgesetz. Und das ist deshalb für digitale Themen relevant, weil es einen sehr, sehr großen Schwerpunkt bei Rechenzentren Effizienz hatte. Für uns war als Sachverständiger Leonard Burtscher vom Umweltinstitut München dabei. Und ich würde euch gerne ans Herz legen, vielleicht auch meine Rede zu dem Thema anzugucken. Da gab es nämlich schon eine erste Lesung im Bundestag. Am 25. März war das der Fall. Da habe ich also schon mal zu Rechenzentren Stellung genommen, habe auch von meinem eigenen Kleinrechenzentrum Keller erzählt. Ich verlinke euch die Rede natürlich. Und wer es länger aus meinem Munde hören will, ich war auch Gast in einem Podcast, nämlich beim Data Center Insider. Ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde ausschließlich über dieses Energieeffizienzgesetz geredet und auch über mein kleines Rechenzentrum im Keller. Das könnt ihr euch also gerne auch noch reinziehen. Und natürlich verlinke ich euch das. Wer sich aber mehr für künstliche Intelligenz interessiert, für den habe ich auch noch einen Tipp. Ich war nämlich am 9.6. beim SWR in einer längeren Radiodebatte zu dem interessanten Titel Vernichtung durch KI. Wie gefährlich ist künstliche Intelligenz? Sie wird uns alle umbringen. Nein, wird sie nicht. Und warum das nicht so ist und warum sie trotzdem gefährlich ist, das alles erzähle ich euch da im Radio, wo ich mit zwei anderen Experten diskutiert habe. Ja, ansonsten gibt es den nächsten Digitalausschuss, 21.06. Da geht es um Militärisches. Es geht nochmal um die KI-Verordnung und es geht um die sogenannten Kulturfrequenzen. Im Detail erfahrt ihr das dann in der Nummer 18 bei der nächsten Ausgabe von der ADB-Podcast. Wie immer freue ich mich über Feedback, gerne mit dem Hashtag der ADB-Podcast. Empfehlt den Podcast gerne weiter und abonniert ihn, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017